ja liebe leute da sind wir wieder gut 48 unsere wunderliche stadt wir wollen nämlich haltestellte aufwerten ja so war er jetzt okay das war jetzt eigentlich keine habsicht das heißt ich hätte die tür zu drehen wird da also ich habe mich an und wir fahren los wieder das ist die rechte 1 dann fahren wir mal los 3 aber 4 mittlerweile auch schon so so haben wir durch kollege ja wir sind immer noch unterwegs so durch jetzt mittlerweile wieder durch indigo hilf ist es leider noch eine alte stelle die ich ein bisschen gesehen haben wir die euro hast wird die letzte stelle und hätte ich heute schon völlig gehabt das hat sich doch so normale verkrafte auf zwei so studententicket andere fahrkarte okay eine fahrkarte bitte so haben wir die Rapperei, Türen zu und weiter geht die Reise zur Golden Bridge absoluter Scheiße die davor ausgewertet rausgenommen werden dass der runter welch damit wahrscheinlich schon der Kollege schon unterwegs war ja und ich habe die Meldung aber es ist nicht schlimm so, wir haben den Wechsel zurück gut, der Rundschirmfahrer verliebt, aber der nicht hier ausgestiegen ist na gut, egal, nicht mein Problem oh, alter! da bist du so, erstmal ein so, einmal Musikman und ein Schwarzfahrer noch dabei naja also demnach gesessen hat man sagt, das ist die Streberbank, die haben nichts, die können nicht, die haben nichts, aber ist egal aber dann hast du immer mal irgendwelche Leute, die meinen die die meine müsste was der reihe tanzen zu müssen also wieder jetzt geht es weiter zu haben wir sind ja ich habe die haben wir dann auch wir können wir haben das vielleicht gucken ob die wir haben können so die lois dreht aber die durch haben sie war zum sandkiss fertig letzte folge was ich ganz geschafft konnte auch fahren kollege mein gott so so wieder ein der vor dem war doch weihnachten ist der tag um eine heute nacht ist der tag um so richtig weihnachten sich noch leben hallo nein gute alte leute ich brauche eine fahrkarte ja danke gerne klaus was ist mit dir kaputt hier mein gott so die stelle ich habe nicht vergessen das ist relativ ein simpel gewesen da war die halstelle ist ja noch da vorne und hoffen dass wir die abschließen können dann hoffen war dass man satt geht dann sind tatsächlich so noch vier vier stadtteile dann hätten wir es geschafft wenn wir zwei also quasi farbier zwei missionen nebenbei 22 teilen ist ja von diesem großen zusatz großen ding hier ich war ja alle haltesteller fünf aufwerten und alle stadt leider wird die holo auswählen möchte nicht so haut noch einmal das ganze ding hier das gute ist diese alle ein bisschen da beieinander das heißt wir brauchen nicht ewig in drei tage ist sie gegen zu fahren ich glaube die oder was sagt dem was nebenan hier die die genau so genau die sind hier vorne und dann hoffentlich haben wir es bald geschafft also sind natürlich jetzt noch fünf diese fünf halte stellen hier dann hätten wir zwei startteile auf einmal ja mein sind alle mann wieder da wo ist es da alle altzeiten bk park dort ich lasse jetzt erst mal so stehen ja wir werden sie jetzt alle nach und nach oben da kann ich sie direkt rausschmeißen oder kann ich hoffentlich zur neuen folge die alle zusammenpacken dann kann ich zur neuen folge quasi zwei neue startgebiete reinpacken das ist der plan an der sache so danach gekommen wird schon ist ja schon es fehlt ja nicht mehr so viel was war das jetzt ich erwarte ich das jetzt hier die die ist die einzige die sich noch mehr hat aber wir werden steigt aus ja ist eigentlich da vorne alles was wir jetzt hier aufwerfen können ist es ist diese zwei halte stellen sagen ich möchte nicht ich wäre mich gegen das aufwerten dann haben wir zwei heilige danke einfach hat ist und weil ich sag es und in die kohle die gehörte für liste ok naja das ist ja noch so viel so sind die tippen entschuldigung ich wusste gerade meine liste bis zu aktualisieren würde mich freuen warum ich ja die eine halte vielleicht auch nicht drauf habe und wie gesagt dann hätten wir ja sogar so zwei weniger da ist ja 22 glaube ich insgesamt 22 orte so naja wie gesagt es geht immer um die zwei halte stelle die wir jetzt auch haben dann haben wir diese zwei alter weniger nämlich in die graue und den samt ist und ja dann ist es soweit dass wir hoffentlich mit der neuen folge haben jetzt im zweiten insgesamt dann eine neue eine neue route beginnen dürfen ansonsten müssen wir jetzt aber gar nicht danach haben so da ist der kollege das ist die linie 47 zum vier und das ist die fahrkarte und hier ist ein foto meiner katze komm ich will doch ein erwischen der letzte war ja dachte wir sind der kommt noch durch zwei halte verbände da das wird wahrscheinlich immer mal wieder welche leute welche leute dabei durchkommen aber der war nicht die oder 20 dollar nehme ich mit kinder naja die usa sind sind es doll ich hasse so was damit dann ewig doch das steht mein bus ich habe meine tante in china tausend ja immer noch nicht Das heißt, wir müssen noch mal eine neue Route reinpacken. So. Darf ich jetzt aufhärten? Ich darf die richtig aufhärten. Oh ja, man muss ja unbedingt da noch rein. So. Wo willst du da jetzt hin? Ach so, ja, ich muss jetzt zum Holowar Street kommen. So, jetzt ist es immer noch dunkel. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt nicht dumm, dass ich die Haltestelle nicht mitnehmen kann. So. 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 Guck mal, so macht man das. Holowar Street. Holowar Street. Holowar Street. Gut. Ich mach das anders jetzt. Ich werde diese Route nochmal wieder rausnehmen. In der nächsten Folge machen wir es dann nochmal. Und dann ballern wir hoffentlich alles durch. Bis dahin. Oder Wiedersehen. Bei Let's Play. Das Simulator. Das ist doch jetzt noch. Jo. Und Arnold Park fehlt. Da haben wir schon. Und Indigo Hill. Wer hat sich wirklich so diese Einheit schon genug. Gut. Dann nämlich mal von der Liste runter. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um den Rest von Indigo Hill. Und dann. Dann. Dann gibt's. Äh. Was nehmen wir den? Ich glaube, wir nehmen dann. Genau. Wir müssen ja. Weil ich. Wir nehmen dann Valley Springs. Als nächstes. Bis dahin. Oder wieder sehen wir alle. Prost Simulator. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.